Und jetzt geht es dann auch gleich in die Partie rein. Neuert aber sehr schön, verliert den Puckabern. Jetzt Nauheim über Frosch. Na, schöner Pass zu Cameron! Und da ist das 1 zu 0! Johannsson war es, Entschuldigung. Johannsson macht das 1 zu 0 für den Gast aus Hessen. Schöner Pass zu Läubel. Läubel, Stefan Läubel, Tor! 1 zu 1 Die 40, super gemacht! Von Stefan Läubel. So schnell kann es gehen. 1 zu 1 steht es. Und jetzt Daxlberger, McLeod, Tor! Ruhig, McLeod! Da rede ich gerade davon. Und da macht das. Das 2 zu 1. Die Star Wars sind in Führung. Aber Luca Steinauer ist da. Nicht schlecht gemacht. Jetzt Pauli. Und wieder Vitaliyab, Tor! Nauheim mit dem 2 zu 2. Da habe ich es gerade gesagt, dass Nauheim so ein schlechtes Powerplay hat. Und schon zeigen sie mir das Gegenteil. Jetzt Christian Neuert mit dem Schuss. Tor! Tor für Rosenheim! Tor für Rosenheim! Christian Neuert! Sein zweites heute! Einfach trocken abgezogen! Bringt er die Rosenheimer wieder in Führung! Schön gemacht! Schön gemacht! Ja, das ist doch! Das muss es sein! Das ist es! Tor! Tor für Bad Nauheim! Gleich wieder das 3 zu 3. Dustin Cameron hat es gemacht. Immer noch vor. Schön gespielt auf Parcellen! Und Tor! Der ist drin! Nauheim geht in Führung! Was war das denn? Damit hat Steinauer jetzt wirklich nicht gerechnet. Und das ist die Führung. Das zweite Powerplay-Tor heute für Nauheim. Kommt er nicht zum Schuss, aber Räubel holt sich die Scheibe. Wieder Stefan Läubel auf der linken Seite zu Stretch. Da ist Renner. Und jetzt der Schuss. Tor! Tor für Rosenheim! Wade McLeod war es! 4 zu 4! Was für eine Partie! Der kann es klar machen. Frosch holt sich den Pup gegen Luca Steinhauer. Dusan Frosch! Und er trifft! Spiel entschieden! Nauheim gewinnt! Fährt mit zwei Punkten heim. Richtig gute Partie haben wir hier gesehen. Eine Freude! Das Jahr every mal ein paar Minuten Treinhauer aus dem tercer Ort. Wasser Pres arte ich hoffe,